Musik Hallihallo und recht herzlich willkommen hier bei ÖPNV Simulation zu einer neuen Folge der ÖPNV News. Der erste Monat ist schon wieder zur Hälfte rum und ich würde sagen, wir schauen auch diese Woche, was es denn so Neues im Bereich der ÖPNV Simulation gab. Also lehnt euch entspannt zurück, wir legen los mit den News. Zum neuen Jahr meldet sich auch der Entwickler des OMSI-2 Add-ons München zurück. So heißt es auf der Facebook-Seite, wie versprochen wollen wir euch heute zeigen, wie wir am Projekt OMSI-2 München planen weiterzuarbeiten. Die Entscheidung fiel auf den Bau der Linie 182 vom Arabella-Park Richtung Stadtentwicklungsgebiet Nordost, das die Stadt München zurzeit städtebaulich plant. Fertigstellung dieses Stadtteils ist ca. 2040 bis 2050. Nachdem ich jahrelang dort aufgewachsen bin, wollten wir unsere eigene Planung realisieren und diese mit dem Verkehrsmittelbus erlebbar machen. Der Busco soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Die neue Linie soll in Abschnitten bis zur Wendelschleife am heutigen S-Bahnhof Riemen verlängert werden. Auf etwa halber Strecke am S-Bahnhof Engel-Schalking beginnt das Neuburg-Gebiet, eingebettet in Parks und setzt sich so bis zum Riemer Bahnhof fort. Sobald es zu diesem Add-on weitere Informationen gibt, erfahrt ihr es das natürlich hier bei uns in den News. Neben den neuen Add-on Tarantarampe Dresden-Chemnitz gab es auch in dieser Woche ein Amerika-Update für Train Simworld 2. In diesem Update gab es für die Strecke Sandpatch-Grade und mehrere Fahrzeuge-Bugfixes und kleinere Verbesserungen. Den genauen Changelog findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Und nun zu einer Neuigkeit, die uns selbst sehr überrascht hat. Der britische Spielekonzern Team17 kauft den Düsseldorfer Publisher Astragon Entertainment. 100 Millionen Euro kostet die Übernahme des deutschen Publishers Astragon Entertainment durch die Team17 Group PLC. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Vorabzahlung von 75 Millionen Euro und erfolgsabhängigen Prämien für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 zusammen. Allein in 2020 machte Astragon einen Umsatz von 26 Millionen Euro. Astragon ist vor allem als Publisher für den Landwirtschaftssimulator und den Bussimulator bekannt geworden. Aber auch der Käufer Team17 ist kein Unbekannter. Mit Overcooked, Worms und The Civilists kann der britische Computerspielentwickler bereits einige bekannte Spiele sein Eigen nennen. Die Kartellbehörden haben den Kauf bereits zugestimmt, daher soll die Übernahme bereits in diesem Monat abgeschlossen werden. Es wird auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Simulationen, die Astragon publisht und was uns so in Zukunft noch erwartet. Für den Euro Truck Simulator 2 ist wieder eine neue Busmod in Entwicklung. Dabei handelt es sich um den Mercedes-Benz Connecto. Der Bus sollte dem einen oder anderen aus dem OMSI 2 bekannt sein, wo es bereits ein Add-on dieses Busses gibt. Der Bus für den Euro Truck Simulator befindet sich aktuell noch in einer Alpha-Phase. Der Kollege Chris Maximus gibt euch auf seinem YouTube-Kanal bereits einen ersten Einblick zum neuen Bus. Der Link zum Video ist unten in der Videobeschreibung. Jaha, und das war's schon wieder mit den ÖPNV-News für diese Woche. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr, dass das Astragon jetzt von Team17 übernommen wurde? Denkt ihr, das wird in Zukunft dadurch besser? Es wird mehr Spiele geben? Oder denkt ihr, das ist vielleicht doch nicht so gut, weil man nicht weiß, wie es jetzt mit dem Bussimulator oder dem Landwirtschaftssimulator weitergeht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch gerne mal unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächste News gibt es dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.